Ich habe mein erstes Tor in Wolfsburg geschossen, daher habe ich gute Erinnerungen an Wolfsburg. Aber ich weiß auch, dass es nie einfach war, gegen sie zu spielen, es waren immer schwierige Spiele. Wolfsburg hat eine großartige Mannschaft, gerade in den letzten zwei, drei Jahren haben sie sich sehr weiterentwickelt. Ich freue mich auf das Spiel, es wird eine große Herausforderung für uns. Natürlich freue ich mich auch darauf, ein paar Freunde wie Dante und die deutschen Nationalspieler wiederzusehen. Er hat den Pokal und den Supercup gewonnen, er macht wirklich gute Arbeit bei Wolfsburg. Ich hoffe aber, dass er sie morgen nicht zu gut macht. Es ist nicht einfach hier zu spielen, besonders in der Champions League. Man kann die Kraft der Fans spüren, ich denke, das ist gut für uns. Aber wir müssen ein gutes Spiel machen und das ist das Wichtigste. Bastian wird jetzt schon als Führungsspieler akzeptiert. Das ist auch ein Grund, warum wir ihn von Bayern München geholt haben. Wir haben das erste Spiel gegen Eindhoven etwas unglücklich verloren. Hätten wir in der ersten Halbzeit das zweite oder dritte Tor erzielt, wäre es anders gelaufen. Aber wir haben das Spiel nun mal verloren. Wie der Trainer sagt, wir müssen unsere Heimspiele gewinnen und Schritt für Schritt weitermachen. Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen und wir müssen in der Gruppe gehen, step by step in der Gruppe.